einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play lspd fr heute mit unserem astronomischen freund wie heißt eigentlich moment mir fällt der namen dahin mir fällt er nicht mist auf jeden fall ich befinde mich ja noch gerade man sieht sehr unschwer in den weinwood hills ich hatte eben gerade schon mal eine aufnahme am laufen so schön 20 minuten und dann merke ich scheiße ich hatte den tonig an und das war für mich so der punkt wo ich mir gedacht habe kacke also in wirklichkeit ist hatte ich hier gerade einen heißt am starten und der lief auch eigentlich ganz gut und dann habe ich halt bemerkt scheiße die mod schmiert ab ist dann auch schlussendlich abgeschmiert und naja dann habe ich halt geguckt eigentlich mal die folge und das ist mir aufgefallen scheiße die aufnahme hat den tonig mit aufgenommen also mein ton und let's play ohne play also ohne kommentar ist ein bisschen naja das ist nur so ein halbes let's play das ist nämlich dann eigentlich nur noch ein gameplay kann ich auch gerne mal hochladen ist mir wurscht und ich habe die aufnahme noch im hintergrund da ist ich habe schon gerendert von daher ich kann es auch noch mal als eine art special hinzufügen war auf jeden fall super für mich vor allem weil ich einmal gestorben bin und um das jetzt zu vermeiden müssen wir dringend mehr essen gehen denn unser charakter hat hunger ohne ende das muss kann man gucken wo kann man essen gehen wir waren das letzte mal glaube ich da essen genau gibt es noch andere möglichkeiten zum futtern nö anscheinend ja nicht ihr wollt mir nicht wirklich sagen dass nur eine station auf der ganzen verkackten map gibt wo man essen kann anscheinend schon dann würde ich mal sagen fangen wir mal da oben hin hey warum kann ich meinen die blinkermod geht nicht mehr leck mich für ihn sind kacke gerade ich glaube das habe ich auch schon in der letzten folge rausgefunden oder war das nicht so ich glaube schon aber mir fällt auch gerade noch was auf moment 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 da die mod ja abgeschmiert ist muss ich noch eine sache schnell machen und zwar folgende ne plop ne plop ne plop ne plop ne plop ich möchte meinen eigenen charakter haben ohne brille und mit langen ärmchen wäre das möglich ja so geht das dann jedes mal wenn ich die aufnahme eigentlich starte das überspringe ich für gewöhnlich immer immer ihnchen mal nehmen nach kommen nehmen wir ihn immer obwohl er obwohl er kurzer arm hat aber ne burscht ein nicht schneebälle schneebälle scheiße ich mag das aber nicht ich will ich will einen mit langen arm und ohne brille ich bin wählerisch bin sehr wählerisch was das angeht moment das macht man übrigens mit mit springen und f9 das sollte man aber nicht so oft machen vor allem wenn man langsam prozessor hat das auch dann oft dafür dass das ding abschmiert in meinem fall habe ich gerade glück was heißt glück ich habe halten schnellen prozessor von daher macht das dem spiel relativ wenig aus aber genau das wollte ich eigentlich vermeiden denn ich hätte eigentlich essen gemusst komisch an also nicht im real life essen sondern hier im spiel essen müssen denn ansonsten krepiert man hier elendig was ja auch eben gerade der fall war aber ich will doch nun kommen es reicht aber jetzt nehmen wir einfach den hier und was den schnee übrigens betrifft wollte ich nur mal schnell anmerken ich habe mich jetzt dazu entschlossen den schnee noch anzulassen wenigstens für ein paar folgen denn naja warum nicht ich meine das hatte jetzt neulich erst hier ist noch mal geschneit und und bei euch je nachdem wo ihr wohnt hat es vielleicht schneidt gerade auch in dem moment ich habe ja keine ahnung auf jeden fall momentan ist deutschland im winter einbruchs fieber und ja da habe ich mir mal gedacht kann man das noch machen da ich jetzt kein bock hat nach der hinten zu spawnen oder zu laufen oder irgendwas wo ich manchmal die karriere her eine karriere her tut leid ist ja nicht die gleiche aber passt schon und ich hatte es in der letzten folge auch schon eigentlich angedeutet die ist aber ja natürlich nichts geworden hatte ich ja schon einmal gesagt angesprochen und zwar ging es da um die ich verarschen wollte ich mich verarschen das habe ich heute nicht nur das erste mal gesehen meine fressen kann ich auf jeden fall mal ein bisschen entsprechen ich habe ja eigentlich wollte ich wollte ich alles bdfr schon viel viel früher mal wieder hochladen und vor allem mal wieder spielen hatte ich ja auch mal gemacht nur man hat vielleicht auch bei der 200 folge von hmg gesehen dass ich so ein kleines problemchen mit der technik hatte mein aufnahmeprogramm hat übelst rum gespackt hat zum beispiel die bildschirmhelligkeit das ist mir erst im nachhinein aufgefallen viel 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 weiter runter gedreht also sprich es war eigentlich irgendwie alles verstellt der hat derartig dunkel aufgenommen dass mir im erst auf youtube eigentlich aufgefallen ist man konnte quasi eigentlich gar nichts erkennen aber na gut außerdem wurden die war es und gab es ein problem mit der tonqualität nämlich das mikro war völlig übersteuert und das war auch so ein grund warum ich mir dann gedacht habe nee das nehme ich dann nicht noch mal also die die folge kann ich nicht an durch antun die kann ich nicht hochladen und dementsprechend ist dann auch gekommen die wurschtelt dann noch auf dem auf dem rechner rum die ist auch übrigens mit mit dem sinning also sprich ich hatte die immer mit reingenommen aber naja ich hab die halt dann nicht veröffentlicht weil ich das einfach nicht ich hab es nicht auf die kette gekriegt also ich wollte es nicht machen die kette kriegen ist falsch formuliert ich wollte so einfach nicht antun denn die tonqualität war echt unter aller sau und wenn ich schon was hochlade dann möchte das auch wenigstens in einer gewissen qualität haben und nicht in so einfach nur dass es da ist versteht ich weiß nicht ob das so ungefähr rüber kommt aber ich wollte halt nicht den übelsten müll abliefern und deswegen habe ich nicht hochgeladen gut und damit wir heute überhaupt noch was thematisch geschissen bekommen fange ich mal richtig an und gehen auf streife gerade fällt mir auf dass der schnee ein bisschen stark reflektiert das licht entweder ist wieder ein bug oder das licht einer sonne ich kann immer gerade kurz probieren übrigens wenn euch der schnee wirklich nervt dann kann ich den auch weg machen wenn das will ich da so da kann ich denen wieder auch weg machen das ist kein problem ich bin dann relativ flexibel sieht man ja auch hier sollte der schnee eigentlich weg sein ja der sollte weg sein aber er ist noch da auch gut ich kann noch mal probieren weil man jetzt sollte er gleich wieder da sein ach komm lassen wir nochmal an ich meine ist ja auch ganz schön anscheinend war da irgendwie gerade der alte schnee mit dem neuen überlagert und ich weiß nicht es war gerade ein bisschen buggy gut gucken wir mal schnell auf unseren charakter dem geht es eigentlich noch ganz gut aber wurscht momentan brauchen wir noch nicht viel tanker ist voll von daher können wir auch einen auftrag annehmen nehmen wir an code wie viel ich würde mal sagen machen wir code 3 habe ich jetzt eigentlich entschieden ich weiß ich glaube stand sogar da daher moment wo kommt er denn da kommt da hinten so man sieht es vielleicht auch schon vorne an den lichtern ich habe mir eine neue mod installiert die emergency lights das ist so ein stroboskop vorne also so eine art stroboskop die dinger gibt es in der realität auch und ich fand im vergleich die auch ziemlich realistisch weil die viele viele fahrzeuge haben das und es ist ja nicht nur der stroboskop vorne sind ja auch die kleinen kleinen blinker die davon noch mit blinken das ist quasi ein doppeltes stroboskop und das ist gar nicht mal so unrealistisch und habe ich mir halt gedacht das könnte ich auf jeden fall mal hier reinbringen und ja wenn es euch stört dann kann ich die auch gerne wieder runter schmeißen es kommt dann in der hinsicht auf euch an dass ihr davon haltet fahrt rüber kommt hier fahr doch einfach bitte kolle alter das ist ein polizei ersatz verpiss dich manchmal ist die k.i. so unglaublich klug moment wie war das so hier das wollte ich eigentlich gar nicht das war die falsche taste damit habe ich nämlich gerade gecancelt entschuldigung halten soll man bitte an wieder am besten hier vorne wie ging denn das war das steuerung und e ist jetzt ja eh wurscht ich muss die reich verfolgen von daher wurscht so meine dame halten sie mal bitte an wir bleiben mal hinter der wir haben die noch nicht weil ich möchte sie gleich noch mal waren und wir holen mal eine verstärkung zwei verstärkungen eigentlich hätte ich ja auch diese auto für süd angegeben aber die klappt nicht so ich habe jetzt noch mal die möglichkeit gegeben ich habe sie noch mal gewarnt so ich habe sie noch einmal gewarnt wenn sie nicht möchte dann ist sie selber dran schuld so da mal aussteigen auf den boden umdrehen und auf den boden so oh 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 kollegen das auto war frisch gewaschen you're a real piece of work did you see any truck? nee ich habe keine trucks gesehen leider okay das ging schnell presented null piece of evidence occurred the driver dddd was found guilty for dangerous driving and resisting arrest das ist schon mal eine sache das ist schon mal gut ähm it was jailed for a total of one years as a result also für ein jahr wurde sie eingeknastet und ich habe ein beweisstück angeblich vergessen ich habe keine ahnung wo das angeblich lag ich habe es halt vergessen vergessen passt schon hey sind die immer noch da ich sage einfach mal gar nichts ich lasse die karre jetzt auch da stehen das können die kollegen machen die haben mein auto eben gerade zerdeppert von daher bin ich da auch nicht für zuständig so ist nicht mein aufgabenbereich mein nicht mein zuständigkeitsbereich das haben die kollegen verbockt das können die kollegen auch fertig machen außerdem sollten die mir helfen und haben erstmal meine karre gerammt das ist das ist doch nicht teamplay wenn dann ist das teamplay aller gissel art oder aller aller sinning art aber nicht teamplay in meinem verständnis was sind das gerade für eine mucke von der karre hier gut ich dachte gerade schon was sind da für eine komische mucke die im hintergrund von statten geht ach kurz zwei please respond code 2 haben wir dahin gucken wir vorbei ich wollte schon kurz rein machen dann habe ich noch gelesen code 2 von daher fahren wir da entspannter hin aber natürlich schon mit ein bisschen nachdruck das war gerade mein controller man hört das vielleicht manchmal wenn der wenn ich den button drücke den linken dann bringt das einmal kurz auf beim polizei auto macht dann aber natürlich auch geräusche hier mikro von daher das ist so ein geben und nehmen man hat halt den vorteil und kann ein bisschen realistischer über kreuzungen drüber gehen weil man halt sich schnell mal kurz ankündigt aber man hört es dann halt im mikro man muss halt gucken ob es stört ich mache es ja nicht andauernd von daher kann man das einmal kurz annehmen wenn ich es jetzt jeden tag machen würde und vor allem bei jeder scheiß kreuzung dann kann ich verstehen dass es dann irgendwann nervt aber wenn ich es mal spontan mache dann geht das schon gut wir müssen jetzt auch mal links rüber da ist angeblich dann der diebstahl von der tankstelle also ein tankstellen diebstahl also mit tankstellen diebstahl meine ich jetzt nicht dass die ganze tankstelle geschohlen wurde sondern einfach einer der nicht bezahlen wollte hey sir please drive to the gas pump and then leave the car ähm will ich gar nicht ich will doch nur gucken was hier los ist Moment ah ich habe perfekt geparkt oder das sind paar künste die man sonst nie findet nachgucken so ja police eine police ja ich bin noch die police mhm 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 ist out of order but i have memorized the vehicles details the vehicle was a world steel colored exemplar okay the license plate was achte das hast du dir gemerkt in welche richtung mein freund enden okay gucken wir mal nicht 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 da rein nicht da Junge nicht da rein das ist ich hab da nein ich hab da keinen kein verständnis für steig dann einfach normal ein und fahr doch normal in deinem auto warum musst du immer in die karren von anderen leuten einsteigen hm kollege mhm der ist nicht so gesprächig von daher gut ähm hier ist angeblich die karre die wir suchen müssen jetzt ist die frage wie sieht ein wie sieht diese karre aus ich hab den begriff schon öfters mal gehört aber ich hab keine ahnung wie die genau aussieht gut anscheinend hier nicht fangen wir nochmal zurück eigentlich mag ich diese suchaktion nicht weil die einfach ne die sind nicht so nicht so lustig wie ich sie mir immer vorstelle wahrscheinlich ist er hier unten irgendwo wir haben den nach hinten gefunden jetzt muss ich wieder nach der hinten dackeln klasse dann war der doch auf der hauptstraße ist aber nach der hinten gefahren ja ich finde den noch ich finde es fängt schon wieder so an zu leuchten alter ist das hell aber na gut schnee also tagsüber kann ich das ja noch wirklich verstehen weil schnee spielt extrem ich weiß nicht ob ihr das kennt wenn ihr fahrt ihr oft mal mit euren eltern oder seid ihr schon mal selber in die berge gefahren oder wart ihr generell in den bergen also ganz ganz sporadisch gefragt wart ihr schon mal in den bergen im schnee nämlich im schnee und hoch halt oben auf den bergen merkt man das relativ schnell dass einfach schnee wie die hölle spiegelt also wirklich schrecklich spiegelt wenn man dann da oben ist und dann ein bisschen sonne auf dem schnee fällt das ist so derartig hell teilweise und deswegen holen sie sich auch viele und das muss man wirklich beachten holen sie sich viele irgendwelche naja hautschäden oder halt schäden an den augen da muss man dann entsprechend aufpassen so mein freund du bist das ja gar nicht entschuldigung du dahinter bitte einmal anhalten so würden sie bitte anhalten nein natürlich nicht ich gebe dir noch eine möglichkeit ich warne dich noch einmal ja er will nicht so mein freund ich bitte dich noch einmal mit ein bisschen raum übrigens ich werde mir auch noch mal für die kommende zeit die rechte von den leuten zurechtlegen also sprich ich werde mir mal wahrscheinlich ausdrucken sie dürfen mal neben mich legen ähm wurde sich ja vor Gott deswegen wann mal gewünscht ich hab's bis heute immer noch nicht richtig durchgezogen ich wollte es auf jeden Fall mal machen läuft Kollegen guck mal das ist das die Art von Einsatz die ich hier erwarte einfach mal voll harakiri ins Auto rein crashen genau das erwarte ich von meinen Kollegen und wenn die das nicht erfüllen dann sind sie hier falsch an der Polizei fertig Punkt aus Ende Arm aber das ist kacke dass ihr mich rammt so meine Freunde meine Freunde mein Freund wohl warte mal das ist glaube ich jetzt sind glaube ich zwei Leute drin oder ne nur einer so mein Freund anhalten ups ich wollte ich nicht treffen weißt was ich fahr mal nach vorne und versuche sie mal von vorne aus zu bremsen ich habe keine ahnung ob das klappt oder er fährt einfach voll vorne an das Auto so anhalten halt an ja das Problem ist immer wenn ich den verhaften möchte dann wackelt das wie bescheuert und das Licht geht halt an und aus weil halt E ist bei mir halt auch die Möglichkeit um die Lichtsachen einzuschalten von der Pistole von der Wurscht Apropos Licht und apropos verhaften ähm eine Sache möchte ich nur anmerken und zwar noch in dieser Folge denn heute Abend schlag mich tot wieviel Uhr ist angeblich ein Stream von dem Entwickler von dem Kerl der hier auch für die Mod zuständig ist für LSPD also wirklich das ursprüngliche LSPD denn es kommt eine neue Version raus die LSPD 03 glaube ich momentan haben wir ja die 02 Beta also B Beta das B steht nicht für Beta sondern einfach für die B Version Road Traffic Collision da fangen wir gleich hin aber das machen wir dann halt nochmal in der nächsten Folge den Kerl hier habe ich schonmal eingeknastet das hier räumen wir noch auf den Chaos so wir lassen erstmal die Polizeikarre abschleppen sie hat leider keinen Fahrer mehr warum eigentlich gut Road Truck Tau Truck Road Truck klar yes möchte ich und dann machen wir hier mal dicht wir haben doch hier das Menü geht das? das geht sehr gut was nehmen wir denn da wir nehmen mal da warte mal Stripes Left oh das ist ein bisschen bisschen buggy gerade ich werde das nochmal ausprobieren ja ich weiß die Karren sind da vorne schon weg aber trotzdem ähm weißt du ich platziere das scheiß Schild und was passiert? mir fährt erstmal einer rein jetzt ist irgendwas mit der Steuerung hier im Arsch warte mal es ist gerade irgendwie leicht buggy das Menü ich weiß nicht warum frage mich nicht warum klar jetzt rennst du auch noch weg oh mein Guter auf jeden Fall ist halt heute Abend der Livestream von dem Entwickler und es geht dabei um die neue Version von LSPD die ich mir in der nächsten übernächsten Folge mal vornehmen werde wenn die dann schon da ist heute Abend ist auf jeden Fall eine Ankündigung und da wird halt ein bisschen was zu der neuen Version erklärt und einfach mal ein bisschen drüber gesprochen und ich glaube dass der Veröffentlichungstermin also der eigentliche Upload-Termin von der Version dann auch die Tage folgen wird dann werden vermutlich die anderen Mods also die ich momentan hier installiert habe werden dann vermutlich folgen und irgendwann haben wir dann halt die aktuellste Version drauf mit allen aktuellen Mods und Plugins prinzipiell ist eigentlich in dieser Version ein paar neue Animationen fürs Verhaften sind da drin dann noch so Sachen dass man halt Leute halt auch ohne sie anzuvisieren glaube ich fest dass man die auch noch festnehmen kann ich glaube die KI wurde auch noch ein bisschen verändert ich bin mir gerade nicht ganz sicher und ansonsten halt kleinere Änderungen ich habe mich da auch noch nicht so intensiv damit befasst von daher kann ich da auch noch keine genaueren Auskünften geben aber wie gesagt wenn ihr halt Interesse habt dann könnt ihr heute Abend mal bei einem Livestream reingucken wenn ich den Link finde von diesem Livestream von dem Kerl der das macht dann kann ich das mal unten in die Videobeschreibung machen und dann könnt ihr euch das mal heute Abend angucken ist übrigens auf Twitch sprich ihr könnt dann auch direkt halt da vorbeigucken ich denke die meisten werden schon was von Twitch gehört haben und bevor jetzt der erste wieder fragt hast du eigentlich auch Twitch ja ich habe auch Twitch aber der Kanal ist noch offline und ich muss mal gucken wie ich das irgendwann mal mache aber das gehört jetzt nicht in das Video rein definitiv habt ihr halt die Möglichkeit heute Abend euch das mal anzugucken ich glaube um 18 Uhr geht das los ich bin mir nicht ganz sicher ja könnte passen weiß nicht muss noch mal reingucken und ja vielleicht habt ihr dann die ein oder anderen Neuerungen schon vor mir vorab vor mir und können dann schon die vielleicht die neue Version spielen ich habe ja keine Ahnung ob die schon draußen ist von daher egal euch wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge die hänge ich gleich hier hinten dran also ich nehme dann gleich nochmal weiter auf und ja bis dahin macht's gut und Ciao übrigens in der nächsten Folge wie gesagt die Road Traffic Collision da vorne also da sind zwei Leute aneinandergeprallt oder noch mehr und da müssen wir mal gucken wie wir das regeln bis dahin macht's gut und Ciao euch noch einen wunderschönen entspannten Tag und noch ein schönes Wochenende bis dahin macht's gut und noch mehr bis dahin macht's gut und dann noch ein paar bis dahin macht's gut und dann das mal wieder bis dahin macht's gut und dann noch ein paar Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.